Moin Leute, was geht ab? Der 31er ist wieder hier. Also Herr 31er. Ja, 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 ihr wundert euch jetzt natürlich, warum ich hier einen anderen Namen habe. Aber ich werde jetzt mit Herr 31er. Heißt jetzt so, ich habe meinen Namen gewechselt. Ich finde keinen anderen Namen aus, was ich noch wechseln werde. Ihr seht, bin ich hier in meinem Club. Fake Club ist diesem. Ja, das ist halt Fake Club. Und ich halte es halt noch Fake Club. Aber ich ändere gleich den Namen. Ich bin jetzt alleine drin. Fake Cat kommt gleich auch rein. Und ja. Hoho! Also Leute, ich mache jetzt einen neuen Club. Club gründen. Und das Club wird heißen... ... ... ... ... Okay. das neue Trophäen sind natürlich Null und echt... ... 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